Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, was für ein Let's Play denn? Peter, wie hieß es? Nein, ich fütter das Beste. Hey, wieso stehst du da unten drin? Ich hab Wurstbrücke gefunden. Und wie sagst du mich eingebaut? Ich bin's nicht gewesen. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Ich weiß nicht mal, wo ich hinbauen muss. Nach oben einfach nur. Ach so, okay. Du musst dir mal anschauen, was für ein Riesenpilz ich um dich herum gebaut habe. Warte, ich hab hier Nikolite gefunden. Was hast du gefunden? Nikolite. Keine Ahnung, wofür man das braucht. Nikolite. Nikolite. Was ist das für ein lilanes Schad? Das ist Wiss Schad. Ja, genau das. Das hat Sternchen und Kristall. Alter, hier ist einfach nur so eine Riesen-Marmor-Ader. Nein, die sind immer so groß. Aber, äh, bau du's mal ab, bitte. Das ist Marmor. Ich seh da nur Pixel runter. Ach, da bist du. Ah, aua. Ich, ich, das ist voll komisch. Der Block backt weg, backt kurz wieder hin und dann rutsche ich an der Seite runter. Ja, siehst du, wie groß ist. Ja, ja, ich hab's gesehen. Ich war's aber nicht. Nein, nein, nein. Ich hab auch nur... Wow, alter! Da hat's Bunger. Alter, ich hab fast keine Leben mehr. Cool. Von oben ist zwei Creeper runtergefallen, so wie es aussieht. Okay. Alter, Vater. Herzinfarkt. Ah, herrlich. Die Folge musst du Creeper- Creeper-Trak nehmen. Nein. Selbstmord-Attentäter. Okay, okay, okay. Ich hör nur, ich hör nur... Bzzzzzz-Bum. Bzzzz-Bum. Bzzzz-Bum. Ja, wie, wie halt so was, ich die Beine bricht und dann Bzzzzzz-Bum. Mhm, aber wirklich nur ganz kurz Zzz-Bum. Übelst schnell Zzz-Bum hintereinander Zzz-Bum. Bzzzz-Bum. Bzzzz-Bum. Oh yeah, der neue Rap hier. Bumts, 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 Bumts. Was ist das für ein komisches Zeugs? Ich hab hier unter der Erde aber erstaunlich gute Frames. Ich auch, ich lauf direkt die ganze Zeit mal 25. Ich lauf jetzt, wenn ich nach oben schaue, mit 10 rum. Wenn ich nach unten schaue, mit 23, 24. Aha, okay. Genau umgekehrt wie an der Oberfläche. Wir sind auf der anderen Seite der Welt. Oh yeah. Auf jeden Fall. Wir haben uns schon durch die Magma durchgebuddelt, gell? Wir brauchen echt dringend... Kann man jetzt Dinges mit Smaragd abbauen? Ja, kann man. Geil, wir müssen Obsidian finden. Ich hab Obsidian. Ne doch nicht, sah nur so aus. Ja ne, aber wir haben Obsidian wirklich. Und zwar der andere Weg vorher. Ja stimmt, stimmt. Äh, da brauchen wir halt nur noch einen Wassereimer. Ja ne, da war schon Obsidian. Echt? Ja okay, dann bauen wir das nachher ab. Und dann bauen wir ein Neta-Portal und ein Enchantment-Table und enchanten erstmal unsere geilen Smaragd-Sachen. Ja, ich bin dunkel. Bist dunkel. Ja, ich hatte dunkel, weil ich die Fackel abgebaut hab von mir. Ach, einfach chillicke Musik zum Spielen. Ja, bei mir im Hintergrund auch voll nice. Nize-Nize-Nize. Aber ich finde diese, ähm... Diese Artisten... SmartPak. Nein, diese Artisten... Die, die Musik machen, also... Die verdienen echt Respekt. Die verdienen echt Respekt. Aua, Respekt ohne Ende. Und nicht diese Spinne. Die verdient den Tod. Ne. Äh... Die verdienen echt Respekt und ich weiß nicht, wieso ich da gerade was reingebaut hatte und es schon wieder verschwunden ist. Äh... So, Credox. Kann das sein, dass dein... Das dein Server lackt? Niemals. Ja, doch, könnte sein. Ich hab nämlich grad'n Upload gestartet. Ja, der lackt sowas von. Schreib mal was in den Chat. Wow, 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 ich krieg gleich Lava ab. Kannst du das Lava mal bitte zu bauen? Das Lava? Okay, ich baue das Lava aus. Das Lava. Das klappt, ja. Sofort an. Ja, so lack das aber nicht. Ja, aber es verschwinden und kommen ständig Sachen von mir. Hä? Da hat's Sieg gemacht und dann war's weg. Sieg? Ja, wie so'ner Fledermaus, die dann so overpowered und dann explodiert wird. Sieg? Sieg? Oh mein Gott, mein Inventar. Alter, wie viel... Ich hab' fast'n Stack. Ja, meins auch. Ich hab' keinen Platz im Inventar. Wir haben... Wir haben vier Stacks Eisen, Junge. Einfach vier Stacks, wenn wir das in Maserator packen. Junge, hier sollte eigentlich... Ne, Moment, nicht hier. Aber... Hier sollte... Auch nicht hier. Moment. Hier sollte eigentlich zur Seite... Ah, da oben geht die Höhle weiter. Geht die Schlucht weiter. Äh, ich sollte mir vielleicht nochmal Wegpunkte hier setzen neu. Stimmt. Warte, ich sollte mir alles auch machen, obwohl die dann vermutlich wieder nach der Aufnahme... Ähm, B... Nein. Sch... Alter! Schlucht. Alter, das hat mich von da oben runter geschossen, das Skelett, und jetzt hab' ich noch 10 Frames. Nein, nein. Okay, ihr werdet gescheiß. Skeleto. Skeletten. Fucking Skeletten. Ich sag' immer noch Skeletten, Langlauf. Aha. Also, wenn ich jetzt sterbe, dann ticke ich aus. Weil... Und wenn ich dann überlebe, dann ticke ich erst recht aus. Ja. Dann bring' ich dich um. Alter, wo ist das Skelett? Alter, wo ist das? Von wo schießt's mich ab? Toooooooos... Sir Crudox. Hilf mir. Ja, wo bist denn du? Ja, ich bin hier. Und ich weiß nicht von wo aus mich das Skelett abließ. Hallo. Ah. Hallo. Neben dir. Ach da. Oh Gott, Hilfe. Ich will da rein. Ich will da rein. Lass mich rein. Ja, komm, bau dich zu mir hier. Ich bin direkt neben dir. Komm her. Tja. Wie der einfach nur sich nen Namen vorgerät. Aua! Oh, Alter! Alter! Vater! Vater! Alter, ich komm da gar nicht klar drauf, was da alles für Viecher sind. Ja, ich hab nur noch zwei... Ich hab nur noch einmal was zu essen! Und ich hab gar nichts mehr zu essen. Wollte ich mir nur so kurz anmerken. Woa! Aua! Und ich hab Schaden gekriegt. Jetzt muss ich das eine mal Essen essen. Ich hab's nach dem Bogen. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt nach oben. Wo ist der Weg nach oben? Ach, komm schon. Kannst du mir das mal bitte sagen, wo der Weg nach oben ist? Wie das aussieht! Die springen einfach so abwechselnd. Oh mein Gott. Ähm. Ja, kein Moment. Ich such ihn. Weg nach oben. Hm. Oh! Gute Frage. Alter, ich hab hier wieder nur... Ich hab hier wieder einen Creeper gehört. Scheiße. Ja, der ist interessant. Hier ist der Creeper One-Hit tot. Du bist einfach overpowered, Junkchen. Nein, der ist runtergefallen. Hast du ihn gefunden? Wo ist er? Äh, ne, hab ihn nicht gefunden. Und ich hab kein Essen mehr. Und ich bin halb am verrecken. Ähm. Aber der müsste irgendwo hier sein. Wenn ich mich recht entsinne. Und wenn man mal aufs Radar guckt... Ah, Hilfe! Ah, ich dachte, das wär ein Creeper, dein Schwert. Ja, wenn man mal aufs Radar guckt... Deswegen hab ich grün genommen. Ich bin der Creeper-Schreck. Überall noch, äh, Schluchten sind. Ja, und das hier Lava ist. Und das hier sicherlich nicht der Ausgang ist. Ja, müssen wir ihn halt jetzt suchen. Moment, ich glaub, der war da irgendwo. Wo war der Ausgang nochmal? Äh, ja. Da war er schonmal nicht. Hast du ihn wieder zugebaut? Dann bin ich böse. Nein, ich hab ihn nicht zugebaut. Der war irgendwo, äh, wo... Zwei Schluchten sich gekreuzt haben. Also, er ist auf jeden Fall mal weiter oben. Oder ne, der dürfte sogar... Ähm... Ja, gute Frage. Soll ich noch ein bisschen ranzoomen. Hm. Hier ist aber nirgends... Ich seh ja auch auf dem Radar nirgends... Er müsste hier irgendwo sein. Ja, eben. Oh Gott, da kommt ein Fyper. Achtung. Ich hab noch geschlagen. Ich hab nur noch ein Herz. Geil. Ich hab nichts mehr zu essen. Ich auch nicht. Äh... Okay, ich hab null Herzchenkeulen. Ah, da. Oder? Hab ihn. Ja, stimmt. Wir mussten da hoch. Es war am Ende dieser Schlucht. Stimmt. Aber wir gehen jetzt kurz erstmal noch Obsidian abbauen. Nein. Weil wir vermutlich alles unsere Rohstoffe verlieren. Nein, richtig. Ja, ich will... Ich geh jetzt abbauen. So. Hm. Ich hab da noch was zu essen. Ja, also. Aber nur Rottenflash hier. Ja, ich hab auch Rottenflash noch zu essen. Ja, kannst du mir geben, dann regeneriert sich mein Leben wenigstens. Hier liegt's. So, hier geht's runter. Ich hab jetzt gerade noch mal kurz auf die Filmzeige geschaut. Ich nehm zum Glück auf. Ich hatte halt echt kein Geld. Aber... Oh, nice. Ich bin getraut. Alter, was war das? Hier ist kein Obsidian, zeig ich doch. Nicolit. Nicolit. Ah, Hilfe. Lava. Ah, so viel Geld. Lava. Lava nix gut. Alter, baue Lava mal bitte zu. Pass auf, weh, du fällst in Lava, ich bring dich um. Äh, wie wär's mal, wenn du ein... Dings machst für uns, ein... Eimer. Ja, okay, aber was bringt's? Wir haben hier unten kein Wasser. Ja, eben. Also lass mal kurz nach oben gehen. Wie lange ist die Folge noch? Ja. Ey, warte. Die geht noch drei Minuten. Also noch... Ja gut, das schaffen wir gerade noch nach oben zu laufen. Haben wir oben eigentlich noch Essen? Ich glaub nicht, oder? Äh, nee. Keine Ahnung, glaub auch nicht. Mist. Wir brauchen echt dringend was zu essen. Oh ja. Wir müssen echt mal schauen, dass unsere Farm... Ja, in der letzten Folge hab ich die ja schon ein bisschen erweitert. Und da sollte, denke ich, demnächst ein bisschen besserer Ertrag rausspringen für uns. Ja klar, nee. Aber wir brauchen echt verdammt Regenrat. Weiß nicht. Und... Es regnet. Oh, super. Ja. Framerate ade. Naja, also ich hab 25 Frames Stable. Achso stimmt, ich hab Regen ja ausgeschalten. Schön. Nice. Bei dir regnet's angeblich, bei mir nicht. Wieso hab ich Stable 25 Frames? Was ist jetzt los? Ja, komm, der ist kaputt. Jetzt gehen sie runter. Ne. Sind immer noch... Ach, egal. So, haben wir recht. Ähm, Maserata ist da. Was machst du da rein? Was ist da? Iron. Pack auch mal dein ganzes Iron da rein. Und dann kann das... Ich brauch was zu essen, weil sonst haut's mich auf ein Herz runter. Und das ist gar nicht gut. Ne, haut's dich nicht, das haut's nur auf fünf Herzen runter, glaub ich. Nein, ganz sicher nicht. Wir haben noch Fürbisse, aber das kann man nicht essen. Wir haben noch Popcorn Samen, wir haben ein grünes Blatt, damit kann ich mich vielleicht bekiffen. Weih. Oh yeah. Ähm, Kornopoppel. Oh, ich hab ein Brot gefunden. Kornopoppel. Kornopoppel. Popel. Du isst Popel. Ah, ist das schon wieder. Ist es dein Ernst? Ist es dein Ernst, dass du Popel isst? Kornopoppel, ja. Zuck. Oder du popelst die Körner raus. Mhm. So. Oh, ich hab sogar Baummehl dabei. Ja, nein. Was bringt Nico sonst was, Dingsbums? Gar nix. Ich glaub gar nix. Das ist nur so'n Zierding. Zuck. Oh, unsere Pfannen. Kann doch aber voll nicht sein, dass das nur so'n Zierding ist. Das ist doch voll sinnlos als Zierding. Ja, ja, da müssen wir in der Wiki mal nachgucken. Ja, und ich suche jetzt Essen immer noch verzweifelt. Ja, komm doch raus. Hier gibt's Essen im Überfluss. Komm doch raus, Mann. Komm doch raus. Wir müssen übrigens ehrlich ne Bottomless Chest... Ja, wo ist Essen? Wo? Da. Da steht Essen. Nur das obere abschlagen. Nur das obere. Hab ich gesagt. Was? Ich hab nur das oberste. Achso, okay. Ja. Dann hol ich mal kurz meine Hoe wieder. Ah, geil. Korn. Kann man die noch im Ofen tun? Ja, ja. Ne, weiß ich nicht. Probier's einfach aus. Äh, ja, äh, ne, äh, ja, äh, ne, äh, ja, äh, ne, äh, vielleicht. Ja, kann man, alter. Die geben dann... Jetzt haben sie nämlich nur ein, ein Balken... Ein, ein, ein... Ein Keulchen vollgemacht. Ein Keulchen. Oh, shit, die Folge ist... Kopp o Korn. Kopp o Korn heißt es. Kopp, nicht Korn. Ja, das heißt Korn. Das macht 2,5 Herzen... äh, Keulchen voll. Hast du noch mehr Boned? Hast du noch mehr Knochenmehl? Ich brauche jetzt ehrlich ziemlich dringend was zu essen. Und du musst es nicht wieder umpflanzen, bitte. Zack, 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 zack. Irgendwie ist das Bon mir schon ein bisschen gecheater, aber okay. Egal. Ja, das Gute an 1,4,7 ist jetzt noch... Ja, dass man nur einen so'n Boned, den braucht. Eben. Weil, ne, 1,5... irgendwas braucht man... 1,5,0... ab 1,5,0 braucht man mehr. Ja. Ist voll blöd. Aber bald wird vermutlich das auch noch geup... updated. Jaaa, oh nooo. Ähm, Weizen, das können wir auch mal abbauen. Wir brauchen, äh, es gibt doch so'n Teil, das macht es gleichzeitig dieses... dieses... dieses, äh, also halt Maserator, der macht es gleichzeitig, das Zeugs zu maserieren. Maserieren. Maserati. Äh, du meinst den Rotary Maserator wahrscheinlich? Ja, kann doch sein. Äh, kannst du mir noch Horace bringen? Retro. Ja. Oder warte, ich guck selber danach. Oder auch nicht. Oder doch, oder nicht, oder doch, oder doch nicht. Äh, ey, ey, ich brauche bitte mal... ein bisschen Knochen. Knochen knapp. Dann, dann, so... Moment, ich kann hier meine... meine, meine... Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Oh, meine Freunde! Ich brauche meine, ho, ho, meine Freunde! Boah, wie das Jahr schon wieder übel schnell vorbei geht. Jaaa, wie die Folge schon wieder eigentlich schon längst vorbei ist. Mhm. Und wie sie es völlig ignorieren. Tja, das macht einfach so ein riesen Spaß. Ist einfach so'n Sucht-Game. Ja. Minecraft generell ist so ein Sucht-Game. Sucht-Sucht-Apparat. Ähm... Vier. Dann geht das noch eins weiter, glaube ich. Weg. Wir müssen unsere Kisten mal ein bisschen sortieren. Deswegen würde ich sagen, wir machen eine bodenlose Kiste. Bottomless Chest. Oder Schwarzes Lochküste. Hm... Jo, aber... Wahrscheinlich dann erst in der nächsten Folge... Warte, 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 warte! Zack, 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 zack... Nee, ich find's nicht, ich find's nicht blöd. Was findest du nicht? Äh... Hallo? Die Kisten. Äh, ja, die finden wir in der nächsten Folge. Warte mal, Kiste... Auf der Folge, ja. Imkerkiste, Kiste... Kiste und unbekannten Inhalts... Kiste und unbe... Hä? Kiste und unbekannten Inhalts... Ja, das steht da. Oh Gott. Was ist das da? Eine Iron Chest, oder? Ja. E... C... H... E... S... T... Da, 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 da... Obsidian Chest... Ender Chest... Hungry Chest... Die ist hungrig. Was? Wo steht's? Also es gibt noch vier zu entdecken. Habe ich so das Gefühl. Und ich hab zwölf Boote und würde sagen, das war jetzt die Folge. Nein, 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 nein. Aua! Hör auf mich zu schlagen! Da, da, da... Oh Gott. Jetzt fällt mir gleich mein Lüfter runter. Dum 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 dum... Dum dum dum... Dum 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 dum... Mensch... Und? Ich muss das jetzt kurz anschauen... Wo ist diese... Ist die Obsidian Kiste vielleicht das? Kann es sein, dass es die Hungry Chest ist? Äh, nö. Hä, wieso finde ich die denn nicht? Ich hab die obere Bad Boxe schon fast leer. Wir müssen in der nächsten Folge mehr Bad Boxes machen. Ja. Oder mehr Solarplatten, Moment. Obwohl, nee, jetzt beenden wir diese Aufnahme. Ja. Gut, dann hoffe ich es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung da. Und dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Tschau Leute.